Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 15. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1316 und heute habe ich die folgenden Themen für euch mitgebracht. China, Apple Watch, Update, Ted Lasso, eSIM und Twitter. Ich gehe zuerst nach China. Da haben wir ja das Problem, dass Huawei gesperrt wurde. Für viele Auftragsfertiger, Hersteller von Gadgets und oder Komponenten besser gesagt, Aussenstaaten, die nicht mehr China respektive eben Huawei beliefern dürfen. Jetzt kommt eine britische Studie und jetzt Achtung bitte den ganzen Part hören, bevor ihr urteilt, zum Zuge, dass nicht nur Huawei in Anführungsschlusszeichen spioniert, sondern dass dies auch OnePlus, Xiaomi, Oppo, Realme und andere chinesische Hersteller tun. Das, weil sie Daten in grauen Mengen von ihren Nutzenden sammeln und auch an Dritte weitergeben, wie das Gerät genutzt wird, was für Apps genutzt werden, mit wem kommuniziert wurde etc. Also Android. Genau. Was aber das Ding ist, die britischen Forscher, die sich das Ganze angeschaut haben, haben sich nicht Geräte von hier angeschaut, also Oppo und Realme und etc. Geräte, die hier im Verkauf gelangen, sondern sie haben sich Geräte angeschaut, die in China auf den Markt kommen, die kein Google Account haben, also sprich kein Google Store haben, andere Store Möglichkeit haben und diverse zusätzliche installierte Software haben, die eben solches möglich machen. Also somit mit Vorsicht geniessen, diese Clickbait-Geschichten. Ich wurde von mehreren Hörenden darauf aufmerksam gemacht und dachte, ich wollte das kurz mit reinnehmen. Ja, auch Facebook und Google spionieren, wie fleissig da draussen. Microsoft ist genauso unschuldig oder eben nicht besser gesagt. Und das ist halt jetzt, weil es China ist, ist, ja, wie sagt man dem, Spionage. Sehr speziell, vor allem eben die Aufmachung der ganzen Geschichte und eben, dass nicht Geräte von hier getestet wurden. Aber wir werden sehen, wie sich das noch weiter entwickeln wird. Irgendwann werden wir uns entzweien, leider, vielleicht, eventuell, hoffentlich nicht. Was gestartet hat gestern mit dem Valentinstag, ist übrigens der Apple Watch Herzmonat. Der Herzmonat der Herausforderungen. Es gibt täglich Herausforderungen, die du leisten könntest und oder solltest, um denn, oder schlussendlich die Plakette zu bekommen des Herzmonats. Wer also dabei ist, meldet euch doch. Wir können uns gerne auch verknüpfen über diese Möglichkeit, die uns Apple hier bietet. Und dann können wir uns battlen. Was ihr aber vorab vielleicht noch installieren solltet, wäre das Update auf die neuste WatchOS 9.3.1-Version. Falls ihr es nicht schon getan habt, auch auf eurem iPad 16.3.1, auch auf dem iPhone auch 16.3.1 und auch auf dem Mac. Auch da gab es ein Update. Es sind Kleinigkeiten, Bugfixes etc., aber die sollten installiert werden. Ich freue mich auf genau in einem Monat. Nicht, weil dann eine gute Kollegin von mir Geburtstag hat, obwohl das auch, aber vor allem, weil dann Ted Lasso startet. Auf was ich mich nicht freue, ist sicherlich wieder die regelmässige wöchentliche Veröffentlichung, was für mich dann heisst, ich kann es erst einen Monat, zwei später anschauen, dafür dann im Binge-Watching-Style. Ich freue mich einfach. Ted Lasso kommt zurück. Es gibt ein neues Video, also ein Trailer-Video dazu und eben endlich ein Datum. eSIMs, ihr kennt sie vielleicht, die Nicht-Plastik-Karten-SIM-Karten-Alternative. Etwas, das ich extrem gerne auf meinen Wearables, aber auch in meinen Smartphones nutze, weil einfach ultra praktisch und schnell gewechselt, ohne Gefummel und was runterfallen. und ein SIM-Karten-Tool, obwohl von denen habe ich eigentlich genug. Aber ja, jetzt gibt es eine Neuigkeit zu vermelden. Ein neuer Schwellenwert bei eSIMs wurde erreicht. Ganze 100 Millionen heruntergeladene eSIMer für Consumer-Endgeräte, und da sind die Business-Geräte gar nicht mitgerechnet, wurden ausgeliefert. Das freut mich als Fan dieses Formats und ich freue mich da auf noch viel mehr Geräte und Möglichkeiten, die es da gibt. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten von Twitter wieder mal. Nein, der liebe Herr Musk hat aktuell nichts verbrochen. Das Datum mit dem 9. Februar, was ja schon aufgeschoben wurde, auf den 13. Februar mit der API-Schliessung, Veränderung, kostenpflichtig und so weiter und so fort, hat sich wiederholt nach hinten verschoben. Also somit haben einige dieser lustigen und praktischen Bots noch die Möglichkeit, ihre Tweets abzusetzen, auch weiterhin, ohne dass sie kostenpflichtig werden. Mal schauen, wann es dann schlussendlich kommen wird. Twitter kommuniziert in ein paar Tagen. Das kann ja einiges eissen. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute habe zusammenkratzen können. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Start und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder oder bei der nächsten Episode. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.